Vonovia ist Deutschlands größter Immobilienkonzern und steckt ziemlich tief in einer Krise. Der Aktienkurs steht etwa 70% unter dem Hoch, das wir noch vor etwa anderthalb Jahren gesehen haben und es werden schon Fragen laut, ob Vonovia möglicherweise sogar die Pleite droht. Dabei liegt das Immobilienvermögen von Vonovia aktuell bei etwa 90 Milliarden Euro, während die Aktie an der Börse nur mit 15 Milliarden Euro bewertet ist. Und die jährlichen Mieteinnahmen von Vonovia belaufen sich auf 3 Milliarden Euro, also man zahlt gerade quasi nur das Fünffache der Jahresmieteinnahmen. Da lohnt es sich aber definitiv genauer reinzuschauen, was steckt also hinter diesen Zahlen und wie viel Immobilienvermögen hat Vonovia eigentlich und was hat das Ganze auch mit dem Immobilienmarkt zu tun. Der ist nämlich durchaus schwierig gerade und auch für den Mietmarkt, da gibt es nochmal ein paar spannende Entwicklungen. Vonovia wird ohnehin heiß diskutiert, wenn es um möglichen Mietwucher geht, wenn es um Enteignungen geht und hier verstehen wir mal mehr über das Unternehmen. Die Vonovia SE wurde erst 2001 gegründet, besitzt heute über 560.000 Wohnungen, 89% davon in Deutschland und dann gibt es noch weitere in Österreich und sogar in Schweden. Die Gründungsgeschichte geht auf die Deutsche Ennington zurück, die Eisenbahner Wohnungen verkaufen wollten, die letztendlich vom Staat zum Verkauf freigegeben waren. Und das war sozusagen der Grundstein von Vonovia, aber über die Jahre hat man immer weitere Immobilienkonzerne hinzugekauft und zuletzt sogar auch die Deutsche Wohnen, letztendlich den zweitgrößten Immobilienkonzern, um von diesem wiederum eine Fusion abzuwenden. Der Kern des Geschäftsmodells ist das Vermieten von Wohnraum. Dazu kommen noch weitere Segmente, die dann aber keine 20% ausmachen, auch wenn der Bereich der Verkäufe in letzter Zeit wieder einen Aufschwung hatte. Im letzten Jahrzehnt haben wir wirklich goldene Jahre für den Immobilienmarkt gesehen und dann auch für Vonovia. Die günstigen Zinsen waren ein Grund, aber auch, dass die Bevölkerung weiter gewachsen ist und auch der Wohlstand insgesamt größer wurde. Und da hat Vonovia auch den Kurs mehr als verdoppeln, mehr als verdreifachen können, aber jetzt sehen wir, dass der Kurs ziemlich deutlich korrigiert hat und sogar nur noch etwa 5-6% über dem Kurs von vor 10 Jahren steht. Wer Vonovia verstehen will, muss den Immobilienmarkt verstehen. Das ist auch ein komplexeres Thema. Ich habe dazu schon in Videos gesprochen, auch immer wieder im Podcast. Aktien gegenüber Immobilien und auch ein paar Mythen entkräftet, wonach ja viele immer wieder glauben oder geglaubt haben, dass Immobilien immer steigen würden, dass Immobilien irgendwie eine schnell Reichwertstrategie sind. Das sollten alle in der Praxis jetzt sehen und das lernt man eigentlich auch, wenn man sich die Historie mal anschaut. Es gibt auch unterschiedliche Faktoren, warum Immobilien steigen. Tendenziell, wenn der Wohnraum gleich bleibt, aber immer mehr Menschen da sind, die sich um diesen Wohnraum streiten, dann steigen Immobilienpreise tendenziell. Das gleiche gilt für Mietpreise. Dann hängt auch das Vermögen der Bürger einfach daran ab. Wenn alle mehr ausgeben können, dann sind sie auch bereit, mehr für Wohnen auszugeben. Und ein relevanter Faktor ist eben auch das Zinsniveau. Denn die allermeisten Immobilien werden kreditfinanziert gekauft. Dadurch kann man letztendlich die Eigenkapitalrendite deutlich verbessern. In einigen Fällen auch stärker als die Aktienrendite noch verbessern. Bei Aktien lohnt sich das nicht so oder ist noch deutlich riskanter. Aber deswegen haben wir eine Abhängigkeit vom Zinsniveau. Die Zinsen sind jetzt wirklich rapide gestiegen. So schnell, wie sie lange nicht gestiegen sind. Und das hat auch die größte Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit von Immobilien und auch auf das Immobilienvermögen auch von Vonovia. Vereinfacht gesagt, wenn man eine Immobilie nicht mit 1 oder 2% pro Jahr an Zins finanzieren kann, sondern jetzt für 4-5%, dann muss diese Mehrzinsdifferenz ja irgendwo herkommen. Also eigentlich müsste man dann die Mieten entsprechend erhöhen. Oder wenn die Mieten nicht erhöht werden, müssen Immobilienpreise entsprechend fallen, damit sie für neue Käufer immer noch überhaupt rentabel sind oder genauso rentabel wie vorher. Deswegen sehen wir Preisstürze, auch wenn die wahrscheinlich noch nicht so stark sind, wie sie es eigentlich sein müssten. Schon in dem Video, wie man 2023 investieren sollte, habe ich über den Immobilienmarkt gesprochen und da auch meine Skepsis zu diesem Markt geäußert. Der Mietenmarkt hat dabei aber auch nochmal andere Dynamiken und das ist doch nicht alles. Denn gleich werfen wir nochmal einen Blick nach vorne. Wie könnten sich eigentlich Mieten entwickeln? Wie steht Vonovia da auch wirklich da? Auch da gibt es glaube ich sehr, sehr viele Mythen. Vorher möchte ich aber wirklich mal, weil es ja um die Vonovia-Aktie geht, auch mal in die Zahlen von Vonovia schauen. Wir haben hier eine sehr gut steigende Entwicklung des FFOs. Das ist vereinfacht gesagt die Mieteinnahmen abzüglich der Finanzierungskosten und abzüglich der Steuern. So etwas wie Abschreibungen steckt da beispielsweise nicht drin. Und wir haben hier 2022 einen FFO von 2,56 Euro. Das werden wir uns merken, um gleich mal eine Renditeschätzung vorzunehmen. Was wir schon sehen, diese Einnahmen, die sind tatsächlich relativ konstant. Dann gibt es hier den Immobilienwert ohne Schulden. Mal vereinfacht. Das als kleiner Disclaimer. Aber wir sehen auch, dass es jahrelang stark gestiegen ist und 2022 ist es dann mal gefallen. Da mussten Immobilienwerte nach unten korrigiert werden. Die Frage ist, ob die schon ausreichend nach unten korrigiert wurden. Und was wir auch sehen, die Dividende wurde für 2022 sehr, sehr deutlich gekürzt. Schaut man noch eine Ebene tiefer rein, also so unter die Motorhaube, dann sehen die Zahlen tatsächlich relativ gut aus, muss man sagen. Also 99,9% aller vereinbarten Mieten konnten auch wirklich vereinnahmt werden. Also es gab kaum Mietausfälle. Auch die Leerstandsquote ist auf einem Rekordtief, hier bei 2,2%. Und man sieht auch weitere Effizienzgewinne. Also beispielsweise sehen wir hier die Marge, die gestiegen ist. Oder auch hier die Kosten pro Wohneinheit, die hier gesunken sind seit 2013. Also Vonovia schafft es, jede Wohneinheit im Durchschnitt günstiger zu bewirtschaften. Was vielleicht doch ein Grund sein könnte dafür, dass es immer wieder Kritik gibt. Mehr dazu gleich. Spannend sind natürlich auch die Mietsteigerungen, weil das ist letztendlich für Vonovia das, wie mehr Umsatz erzielt werden kann. Wie wenn andere Produkte eben mal Preise verändern. Nur, dass wir offensichtlich bei dem Mietmarkt einen deutlich stärker regulierten Markt haben. Mit deutlich stärkerem Bestandsschutz beispielsweise. Wir sehen hier aber jährlich etwa 3% durchschnittlich mehr Mieteinnahmen. Wichtig ist aber die Aufsplittung zu berücksichtigen. Denn ein Teil des Anstiegs entstand immer dadurch, dass neu gebaut wurde. Dann geht ein Teil des Anstiegs auf Modernisierung zurück. Und die Marktmietsteigerung, die liegt hier nur bei etwa 1% pro Jahr. Und Vonovia weist nochmal darauf hin, dass die Mietspiegel hier noch nicht von der höheren Inflation beeinflusst sind. Also alles eigentlich wunderbar? Ne, das große Problem ist eben dieses Marktumfeld. Dass das Immobilienvermögen deutlich geringer bewertet wird. Und dass zukünftige Schulden deutlich teurer werden können. Und sich dann eine ganz andere Rentabilität ergibt. Es gibt eine 4.2 Strategie von Vonovia. Quasi die Grundlage, also Property Management, das Bewirtschaften von Immobilien, die Finanzierung, Portfolio Management und das Value Add. Also wohnungsnahe Dienstleistungen. Das kann beispielsweise auch in Richtung der Verwaltung gehen. Die Plus 2, die jetzt aber ausgesetzt werden, sind einmal Akquisition und die Expansion in ausgewählte europäische Märkte. Ist nachvollziehbar. Wenn alles gut läuft, dann sagt man, davon wollen wir mehr machen. Wir wollen jetzt Immobilien überall kaufen. Wir wollen Immobilienkonzerne dazukaufen. Jetzt ist man froh, wenn man erstmal den eigenen Laden irgendwie zusammengehalten bekommt. Andere Maßnahmen sind auch, dass jetzt Immobilienbestände verkauft werden. Beispielsweise hier im April wurde ein Immobilienbestand mit 3,3 Milliarden Euro bewertet und verkauft an einen US-Finanzinvestor. Da gibt es noch weitere Verkäufe, die angesetzt wurden und die jetzt geplant werden. Diese Verkäufe habe ich mir in der ausführlichen Aktienanalyse zum Nachlesen auch nochmal genauer angeschaut. Die wurden leicht unter dem bilanzierten Wert verkauft. Grundsätzlich legitim, etwas Risiko rausnehmen, Liquidität aufbauen, um etwas weniger Abhängigkeit von den nächsten Finanzierungsanforderungen zu haben. Also wenn es Neu- oder Anschlussfinanzierungen geben wird. Die Gefahr ist dabei immer so ein bisschen, dass ja das Kerngeschäft immer doch Immobilien sind. Und wenn dann das Tafelsilber vielleicht verscherbelt wird, weil man dafür noch gutes Geld erlöst, dann zehrt das eben an der eigenen operativen Ertragskraft. Ob das in diesem Fall so ist, finde ich enorm schwer zu beurteilen. Der Umfang ist ja auch noch überschaubar und ich finde den Schritt grundlegend nachvollziehbar. Aber natürlich muss es irgendwo ein Ende haben. Die Finanzierungsproblematik wird hier etwas klarer. Dann schauen wir mal auf das Finanzierungsprofil. Dann sehen wir, dass wir aktuell noch durchschnittliche Fremdkapitalkosten von 1,5% haben. Das ist enorm günstig. Heute liegt man, variiert natürlich, aber eher Richtung 3, 4, 5%. Also 3 ist wahrscheinlich schon zu günstig, eher 4 bis 5%, zu dem neue Kredite abgeschlossen werden müssen. Natürlich kann sich auch das Zinsniveau immer wieder verändern. Aber wir sehen schon, dass hier dann die Kosten definitiv steigen werden. Und Vonovia ist zu einem ganz großen Teil eben mit Fremdkapital aufgebaut. Wir sehen aber auch, die Bonität wird noch relativ gut bewertet von den drei großen Ratingagenturen. Das ist nicht alles eine Bestwertung, aber der Ausblick ist überall stabil. Und auch so etwas wie ein BAA1, das zählt immer noch in die bessere Kategorie, auch wenn es eben nicht völlig einwandfrei ist. Aber die Ratingagenturen, die sehen Vonovia zumindest noch relativ positiv. Also da würde man jetzt keine akute Insolvenzgefahr daraus ableiten. Das Fälligkeitenprofil zeigt eben, wann neu finanziert werden muss. Wir sehen hier, steht gerade so ab 2025 bis 2030, da steht einiges an. Vonovia hat auch durch die Verkäufe wohl 23 und 24 schon größtenteils gesichert, also den Finanzierungsbedarf gesichert. Aber das ist relativ klar, wenn das Zinsniveau so hoch bleiben wird wie jetzt, dann müssen wir mit steigenden Kosten rechnen. Und dann gibt es eine große Schwäche oder vielleicht einen Nachteil von Vonovia. Und das ist eigentlich die PR oder auch die öffentliche Wahrnehmung. Denn Vonovia wird immer wieder Ziel von Kritik. Da kann man gern drüber streiten, ob das berechtigt ist, ob das unberechtigt ist oder ob es vielleicht teilweise berechtigt ist und da auch mal über das Ziel hinausgeschossen wird. Aber wir haben einen angespannten Mietmarkt und wen kann man da nicht eher kritisieren oder wo kann man nicht eher Enteignungen fordern als bei dem größten Immobilienkonzern Deutschlands. Dann wird auch auf die Immobilienvermögen geschaut und auf die Mieteinnahmen geschaut und gesagt, wie viele die nicht eigentlich den Mietern aus der Tasche ziehen. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Fehlinformationen. Diese Diskussion werde ich hier nicht aufmachen, aber ich finde es zumindest auch fair und ich finde es auch für eine Aktienbewertung relevant, diese Kritikpunkte zu kennen. Es gibt immer wieder Kritik von Mieterinitiativen. Dass wahrscheinlich auch die Kommunikation von Vonovia manchmal sehr ungünstig ist. Dann gab es hier eine Razzia tatsächlich bei Vonovia erst im März 2023. Der Wikipedia-Artikel hat auch einige Kritikpunkte. Mangelhafte Instandhaltung, teure Modernisierung oder dass Nebenkosten ja nicht ganz fair abgerechnet wurden. Da gibt es auch Gegendarstellung von Vonovia. Die sollte man sich glaube ich auch anschauen, bevor man sich da ein abschließendes Urteil bildet. Das darf dann auch jeder für sich selber gern entscheiden und ich finde auch, wenn dort solche Dinge vorgekommen sind, dann sollte man das auch als Aktionär nicht einfach blind gut heißen. Also für mich ist kein Inbegriff guten Unternehmertums oder einer guten Unternehmensführung, Leute zu bescheißen. Also da kann man glaube ich auf anderen Wegen ein vernünftiges Unternehmen führen. Wie gesagt, ob das jetzt der Fall ist oder nicht, gerne selbst beurteilen. Diese Kritikpunkte gibt es jedenfalls. Und natürlich ist Vonovia dadurch unter stärkerer Beobachtung, muss viel stärker gucken, wie es kommuniziert, was es tut und ist auch eher mal zielvollen Angriffen, Attacken oder Forderungen nach Enteignungen. Vielleicht nimmt ja tatsächlich auch der gefallene Aktienkurs etwas Wind aus den Segeln, weil man sieht, es läuft eben nicht alles immer nur glatt und Vonovia druckt nicht einfach nur Geld wie am Fließband. Jetzt gerade läuft es eher umgekehrt. Und trotzdem drängt sich ja immer noch eine Frage auf. Wir haben 90 Milliarden Euro an Immobilienvermögen in der Bilanz. Das Unternehmen ist mit 15 Milliarden Euro an der Börse bewertet. Da werden dann auch mal wieder Forderungen laut, dass man sagt, genau jetzt könnte der Bund doch einfach Vonovia aufkaufen. Das ist allerdings zu kurz gedacht, denn wer Vonovia kauft, der kauft auch eine Menge Verschuldung mit ein. Ich habe das mal durchgerechnet. Die Nettoverschuldung liegt aktuell zum 31. März 2023 bei 43 Milliarden Euro. Addieren wir das zu der Marktkapitalisierung, landen wir bei 58 Milliarden Euro, runden wir mal auf 60 Milliarden Euro. Das ist also der sogenannte Enterprise Value. Wir haben ja 60 Milliarden Euro gegen 90 Milliarden Euro Immobilienvermögen. Das heißt immer noch, dass wir anscheinend nach diesen Zahlen etwa eine Unterbewertung dieses Immobilienvermögens von einem Drittel haben. Und das wiederum setzt voraus, dass diese 90 Milliarden Euro tatsächlich der korrekte Wert sind. Denn das ist ja anders als an der Börse, wo wir jeden Tag Aktienkurse und Preise angezeigt bekommen. Die ja auch falsch sein können oder vielleicht mal irrational getrieben sein können. Aber bei Immobilien, da haben wir diese Wertermittlung so nicht. Und üblicherweise gibt es eine Faustformel, an der man nicht drum herum kommt, wenn es um das Kaufen von Immobilien geht und das Bewerten von Immobilien. Man schaut sich in der Regel an, welche Jahresnetto-Kaltmiete erwirtschaftet ein Objekt. Und mit einem Vielfachen, ähnlich dem Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Aktien, kann man dann eine Immobilie bewerten. Dann kann man beispielsweise den Marktdurchschnitt nehmen oder eben den Durchschnitt, der in einer bestimmten Gegend gerade gezahlt wird. Das ist dann historisch mal so das 15-fache oder das 20-fache. In den letzten Jahren waren wir da deutlich höher und sind es immer noch. Spannend ist ja zu schauen, mit welchen Zahlen kalkuliert Vonovia da eigentlich. Und das Ganze wird hier aufgeschlüsselt, stammt aus dem Earnings-Call Q123. Und wir sehen hier, Deutschland ist ja der mit Abstand relevanteste Markt, dass hier der Faktor 27 noch angesetzt wird. Also das 27-fache ist in meinen Augen schon relativ hoch angesetzt für das aktuelle Marktumfeld. Meiner Erfahrung nach gehen gerade nicht viele Immobilien über den Tisch, die zu diesem Vielfachen gehandelt werden. Man muss aber auch dazu sagen, Vonovia hat vor allem Wohnungen in Großstädten und da sind die Bewertungsvielfache noch etwas höher. Und demgegenüber steht auch ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 2400 Euro, der dann wiederum gar nicht utopisch hoch ist. Also man kann ja gerne mal bei Immobilienscout schauen. Wenn ich hier in Hamburg schaue, dann werde ich sehr, sehr wenig Immobilien finden, die zu diesem Preis gehandelt werden könnten. Das Ganze wurde auch schon um etwa 4% korrigiert. Also das haben wir auch vorhin schon gesehen, dass das Nettoimmobilienvermögen tatsächlich schon leicht abgeschrieben wurde. Ob es jetzt wirklich nur 4% sind, also wie wir es dann auch hier sehen, dass dieser Fair Value dann von 95 Milliarden Euro auf 91 Milliarden Euro gefallen ist, innerhalb eines Quartals wohlgemerkt. Aber das kann man durchaus kritisch hinterfragen, ob das schon ausreichend die Marktentwicklung widerspiegelt, auch mit den Quartalen davor zugegebenermaßen. Aber ich glaube, da müssen auch Vonovia-Aktionäre sich noch darauf gefasst machen, dass dieser Fair Value noch etwas niedriger ausfällt. Bevor ich mal meine vage Rendite-Schätzung präsentiere, müssen wir auf den Mietmarkt schauen und die Entwicklungen dort. Weil das ist ja das zentrale Umsatzpotenzial von Vonovia. Und wir haben gesehen, das ist ein regulierter Markt. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die dann in Summe dann doch im Durchschnitt 3% höhere Mieten pro Jahr zustande kommen. Und nun gibt es die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt, die sehr schwierig sind. Die es gerade für sehr viele Leute schwierig machen, überhaupt noch Immobilien zu kaufen und diese überhaupt rentabel zu vermieten. Weil die Mieten irgendwo gedeckelt sind, die Kosten steigen nach oben, vor allem durch die Zinsen. Es lohnt sich für viele nicht mehr, die Preise müssen fallen. Auch der Neubau ist teurer geworden. Durchgestiegene Baukosten und natürlich auch Sanierungsauflagen werden gerade deutlich verschärft. Gerade die energetische Sanierung sorgt gerade für viel Unruhe, für viel politischen Diskurs auch. Da weiß man eigentlich noch gar nicht so richtig, welche Kosten da in 5 oder 10 oder 20 Jahren auf einen zukommen. Auch je nach Modernisierungsstand. Und entsprechend sind natürlich auch viele vorsichtiger und ist das eher risikobehaftet. Umgekehrt kann man auch ganz stark davon ausgehen, dass es definitiv teurer wird, eine Immobilie zu bewirtschaften und instand zu halten. Das führt zu einer Entwicklung auf dem Mietmarkt, die ziemlich schwierig ist und wo in meinen Augen gerade kein richtiger Ausblick zu erkennen ist. Und das sieht auch Vonovia so. Denn es gibt eben ein Angebot an Wohnungen, das wir hier in dunkelblau sehen. Das ist zuletzt gestiegen und man hat schon immer gesagt, es gibt aber eine Wohnungsknappheit. Also hier sehen wir die Ziele der Regierung. Wir wollen aktuell so 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen. Aber wir sehen gerade, dass der Neubau eigentlich komplett einbricht. Es werden noch Immobilien fertiggestellt. Es wird natürlich auch immer irgendwo gebaut werden. Aber wir werden die Neubauziele deutlich verfehlen. Und wenn wir dieser Berechnung auch trauen, dann würde es bedeuten, dass die Knappheit am Wohnungsmarkt, am Mietmarkt immer größer wird. Und das bedeutet, Angebot und Nachfrage tendenziell müssen Mieten steigen. Vielleicht können diese Mieten aber gar nicht ausreichend steigen, weil wir ja regulatorisch an allen Stellen eingreifen. Und auch hier ohne das zu bewerten, ist das eben eine ziemlich schwierige Situation, weil dann kriegen wir keine zusätzlichen Anreize rein, dass überhaupt gebaut wird, weil das unrentabel ist. Auf der anderen Seite verbessern wir dann auch nicht die Situation am Mietmarkt. Für Vonovia bedeutet das, dass Mieten auch weiterhin nicht einfach unbegrenzt gesteigert werden können. Und das hat sicherlich auch seine Daseinsberechtigung, dass das nicht einfach so möglich ist in solchen Phasen. Es bedeutet aber auch, dass wir hier prinzipiell ein Guthaben, das Vonovia hat, das knapp ist, das knapp bleibt, das vielleicht sogar noch knapper wird als ohnehin. Das heißt, in dem Sinne ist es erstmal wertvoll, ein knappes Gut zu besitzen und sollte zumindest die moderaten Mietsteigerungen, die wir gesehen haben, weiterhin auch erlauben. Und dann gibt es noch weitere Entwicklungen, wie beispielsweise den Trend der Urbanisierung. Also mehr Leute ziehen vom Land in die Stadt. Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn Leute das über Jahrzehnte in die Zukunft fortschreiben, dass es immer so sein wird. Daran glaube ich ehrlicherweise nicht oder bin da vorsichtig, aber aktuell gibt es diese Entwicklung. Vonovia hat vor allem Wohnungen in der Stadt. Das heißt, auch das sorgt natürlich in Städten eher für knapperen Wohnraum. Auch diesen Themen, also diesen politischen Eingriffen, Immobilienmarkt, Mietmarktentwicklung, was da sinnvoll ist oder was nicht, dem könnte man wahrscheinlich auch ganze Videos widmen. Hier soll es jetzt aber nochmal darum gehen, welche Rendite könnte denn jetzt eigentlich drin sein. Das ist immer basierend auf Annahmen, da gibt es immer mal Ausreißer, das kann immer mal falsch sein, aber um irgendwie das Ganze greifbarer zu bekommen. Ich sehe zwei sinnvolle Varianten, zu einer Renditeschätzung zu kommen. Einmal diese Buchwertvariante. Ein Immobilienvermögen von etwa 92 Milliarden Euro. Nehmen wir jetzt mal an, es gibt noch einen Wertabschlag von 30 Prozent auf das Immobilienvermögen. Vielleicht, weil einiges noch nicht bilanziert ist. Vielleicht auch, weil es zu unerwarteten weiteren Zinssteigerungen kommt und dann auch Immobilienvermögen tatsächlich im Preis oder im Wert fallen muss. Dann würden wir bei 65 Milliarden Euro Immobilienvermögen landen. Sagen wir mal, mit diesen 65 Milliarden tilgen wir die Nettoverschuldung von 43 Milliarden Euro, bleiben 22 Milliarden Euro an reinem Vermögen über. Aktuell liegt der Börsenwert oder die Marktkapitalisierung viel eher bei 15 Milliarden Euro. Das heißt, hier hätten wir sogar ein Aufwärtspotenzial von 47 Prozent. Teilen wir den FFO durch die Marktkapitalisierung, landen wir bei etwa 13,5 Prozent jährlicher Rendite. Davon sollen auch 70 Prozent ausgeschüttet werden, während allein 9 Prozent Dividendenrendite. Auch hier müssen wir aber davon ausgehen, dass die Zinskosten steigen. Zuletzt lagen sie bei 1,5 Prozent. Nehmen wir mal an, das steigert sich über die nächsten Jahre auf 3 Prozent. Irgendwann, wenn das Zinsniveau so bleibt, würde es auch über diese 3 Prozent steigen. Ich habe es mal durchgerechnet. Diese zusätzlichen Zinskosten würden dann 600 Millionen Euro zusätzliche Ausgaben bedeuten. Der FFO würde damit um 30 Prozent sinken. Das heißt, diese FFO-Rendite, also das Verhältnis zur Marktkapitalisierung, läge dann bei 9,5 Prozent pro Jahr. Wenn wir auch hier wieder annehmen, dass 70 Prozent davon ausgeschüttet werden, also uns über die Dividende zugutekommen, dann wären das etwa 6,6 Prozent. Hier habe ich jetzt einfach nur einkalkuliert, dass die Mieteinnahmen weitestgehend konstant bleiben, dass aber die Zinskosten steigen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Mieteinnahmen weiter um 3 Prozent pro Jahr steigen, also dieser FFO auch um 3 Prozent steigt, dann lägen wir schon eher in Richtung 10 Prozent Gesamtrendite, also Mietsteigerung plus Dividendenrendite. Und wir nehmen mal an, das, was nicht ausgeschüttet wird, wird einfach intern reinvestiert. Man könnte auch annehmen, dass dieses intern reinvestierte Geld ja auch irgendeinen Wert beitragen muss. Und diese Mietsteigerung, das ist ja das Interessante im Immobilienmarkt, diese kommen ja ohne zusätzliche Kosten aus. Das ist ja quasi Reingewinn, dafür müssen eigentlich gar keine Gewinne reinvestiert werden. Wobei wir auch sehen, bei Vonovia ist es ja so, dass ein Großteil über Sanierung und Neubau kommt. Also da muss man dann schon reinvestieren. Und ohnehin, um vorsichtiger zu kalkulieren, würde ich es hier rauslassen. Und wenn wir damit zu meinem Fazit kommen, dann ist ganz wichtig, nichts hier blind nachmachen oder nachkaufen, immer selbst recherchieren, Selbstverantwortung für die Anlageentscheidung übernehmen. Gerne einfach tiefer reingehen, auch mit der Analyse auf Strategy Investor. Da gibt es auch viele weitere Punkte, was jetzt auch an wen verkauft wurde, zu welchen Preisen, die Nachhaltigkeitsziele und Ratings, weil das ist nun mal ein Immobilienmarkt, gerade ein ziemlich relevanter Faktor. Es geht auch um eine fragwürdige Kreditvergabe von der Deutsche Wohnen an den Mutterkonzern Vonovia. Die ganze SWOT-Analyse, sechs Chancen auch des Mietmarkts und fünf Gegenwinde für den Mietmarkt oder auch für den Wert von Immobilien generell. Übersichten und alle Zahlen nochmal zum Nachlesen. Also alle das findest du auf Strategy Invest. Gerne anschauen und auch weitere Quellen anschauen, bevor du hier irgendwelche Anlageentscheidungen triffst. Wenn ich mir aus der Sicht eines heutigen Käufers den Immobilienmarkt anschaue, dann habe ich da viele Fragezeichen im Kopf. Ich sehe keine wirkliche Lösung für die Wohnungsknappheit im Mietmarkt. Was erstmal für Vermieter gut ist, aber Vermieter können die Preise auch eben nicht unbegrenzt anziehen, sodass es irgendwie eine Rentabilität ergeben würde. Die Preise müssen also eigentlich nochmal deutlicher fallen. Und es ist sehr schwer abzuschätzen, wie stark sie denn eigentlich fallen müssen. Oder ob sie überhaupt gar nicht mehr weiter fallen, weil der Neubau ohnehin so teuer ist, dass Bestandsimmobilien eben auch nicht zu günstig werden können. Es gibt viele politische Entscheidungen, die Werte von Immobilien beeinflussen. Es kann eine Besteuerung sein, es können Sanierungsgesetze sein oder auch Veränderung von Zinsniveaus, die dann von der EZB beispielsweise entschieden werden. Oder vielleicht auch indirekt von der FED, wo die EZB sich dann anpassen muss. Also wir haben hier sehr viele Einflussfaktoren, die schwer zu beurteilen sind und die so ein Investment auch ziemlich schwierig machen. Deswegen sind das eben auch nur grobe Schätzungen, wenn man hier solche Renditeschätzungen vornimmt. Das Risiko ist eben gerade relativ hoch, weil niemand gerade ganz genau weiß, wo der Immobilienmarkt in ein, zwei oder zehn Jahren in Deutschland stehen wird. Das ist auch die Einstellung, mit der ich in die Analyse reingegangen bin. Auch wenn ich den Aktienkurs sehe, sehe ich das dort wieder gespiegelt. Und wenn ich mir auch die Zahlen angucke, dann denke ich, okay, da muss man an einigen Stellen nochmal ein bisschen runter korrigieren. Auf der anderen Seite habe ich für mich auch in der Analyse festgestellt, diese 70% Kursabsturz, die sind auch wohl schon relativ deutlich, vielleicht auch fair, vielleicht sogar auch zu viel. Weil ein Immobilienvermögen hat nun mal einen Wert und in der aktuellen Situation wird der Wert auch nicht auf Null geschrieben und scheint auch die Verschuldung von Vonovia nicht zu übersteigen. Deswegen finde ich, die Renditeerwartung stand heute sogar recht positiv mit einem höheren, vor allem politischen und regulatorischen Risiko erkauft. Ich habe noch nicht investiert, das also auch als Disclaimer, wer investiert, der würde eher darauf setzen, dass es diesen Turnaround geben könnte, dass die Abstrafung schon fair ist. Und generell, was auch Kursverläufe aussagen, wenn man sich auch den Vonovia Aktienkurs anschaut und Bauchschmerzen bekommt, dann empfehle ich das Video, das ich zuletzt veröffentlicht habe, ob eigentlich steigende Kurse oder fallende Kurse für uns ein besseres Signal sind, um zu investieren. Meinungen zu Vonovia und auch der Aktie, gerne in die Kommentare. Ich weiß, da gibt es viele Punkte, viele weitere adressiere ich auch noch in meiner ausführlichen Aktienanalyse. Und da gab es auch zuletzt viele Analysen und Beiträge zu anderen Aktienunternehmen. Schau dort also gerne vorbei, teste es einfach mal kostenlos, wenn du dort reinschauen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.